hallo und jetzt willkommen in der heutigen folge mit schaden und let's go hallo so nach dem spüren chaos sind wir jetzt hier volt oder was dann auffe handflamm und auf die von den man doch nur apfel ich habe Angst weil die von mir davon laufen ich habe Angst ich will nichts sieh mich doch nicht wenn es dunkel ist der arme warum tötest hin direkt lass ihn er hätte nichts getan ab für das arme tier hast du in kein gewissen der will doch auch nur leben mein gott immer wieder diese früchte das ist wie ne maja ne maja jetzt sind aber glaube ich wieder an dem Punkt wo ich nicht weiß wie ich hier muss hättest du mal aufgepasst mein gott jetzt muss Gotti wieder drei stunden lang englische texte vorlesen ja vielleicht mache ich das auch du kannst nichts gegen tun oh no Gotti bei den texten zu hören ist fast genauso schlimm wie Harry Maguire bei der verteidigung zuzuschauen denkst du ich hasse euch alle und ich hasse euch alle und ich ficke euch alle und ich habe beide gekillt Joe Biden du hast doch halt auch ein äh und ich habe beide gekillt Klauen gefrühstückt ne ich esse nicht so gerne Grottis das nenne ich mal ein schlechtes comeback hätte er wohl auf hast du schon das piano gespielt wie sieht es mit der Triangel aus Apfel die Triangel ich warte auf dein comeback mit der Triangel ne das gibt's mit du hat er auch verpasst ne irgendeinem ähm Dinger hab ich gespielt wie sagt das niemand von uns mitgekriegt so nehm weil ich grad mein ich sollte doch einen Aufsatz schreiben dann schreibt den scheiß aufsatz wie heißt es denn dieser dieser wie hält äh spinnts was heißt der scheiß spinnt spinnt so nehm spinnste oder ey ich glaub du spinnste diga 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 jungen wort ich hatte ich hatte 19 3 was hast du den Erfolg luft einen kleinen ich habe ihn nicht verstanden was hast du gekriegt den Erfolg luft luft warum weiß ich nicht warum konnte ich da durch weiß ich nicht wie sagst du dir bekommen weiß ich nicht mein Profil die waren so vollkommen so und ja bekommen diga muss ich da jetzt einfach durch pushen oder ja war spiel da darf ich bitte auf sein profil nein nee warte mal scheinbar luft gekommen hat verbringen sie 30 minuten mit filtern du warst du warst auf tik tok unterwegs mit den ganzen filtern niederreicht dienst doch schon oh gott jetzt kurz nach achterbaumfass hätte nach oben wuuhu 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 du wuuhu wuuhu ähm dass das ding schon bandit zeiss gefällt mir nicht tja Taddeus oh cool unsere gasmaske ist halt einfach mal so anders am Arsch ja es geht die geht noch die geht noch da habe ich schon schnell eine gasmaske die arme gasmaske ja schön wir vorne verweiter ist doch super solche wörter nimmt man nicht in den mund lenni lenin hoffentlich gar nichts schlecht wir sind Es ist ein Uniform. Kann er sein von uns sein? Schau mal alle seine Weapons. Keine Schrauben! Wir sind Zivilisten. Es gibt Frauen und Kinder hier. Schau mal an. Okay? Wir sind von der Red Line. Ich bin hier in Ordnung. Nein, es gibt niemand unter meinem Kommand. All die battle-worthy Menschen mit den anderen Karamanen. Halten wir einen Klick vor. Ich dachte, sie würden uns schützen. Aber sie waren es. Wir müssen uns schützen. Es ist ein Problem. Aber es sieht nicht aus, dass unsere Menschen überlebt. Also wir können nicht weg. Und wenn wir zurückgehen. Es ist die Feuerwehr, die uns gebracht hat. Du siehst, als ob du deinen Schatten gesehen hast. Kannst du uns helfen? Und das ist nicht für mich. Aber ich schaue dir die Kinder. Ja, gerne. Und was bekomme ich dafür? Ein... Tritt in den Intern. Geblasen. Oh mein Gott, Cody, let's go. Jawoll, ja. Was hast du bekommen? Jetzt geht es richtig ab. Eine Roll war mit Schalldämpfer. Und mit Visier. Bitte. Bitte. Hehehehehe. Wait. Ich kann Schalli auf die Schottgarn machen. Nee, das brauchst du nicht. Oder ein Extended Barrel. Mit Schottspreadsfighter. Turning the bullet from a close combat weapon into a... Vertible hunting gun. Good for medium range. Du brauchst... Du brauchst ne... Du brauchst ne... Vierfach Schuss. Let's get ready, then. Werdig, haben wir das doch gekauft oder nicht? Nein. Hast du nicht genug Geld? Das Stranger wird uns helfen. Es sieht aus wie er 20 von euch auf dem Weg ist. Du bist ein Idiot, du glaubst. Du bist Andre, der Blacksmith. Oh, es ist sicher. Du wirst da nicht wegkommen. Und du hast mich hier. Und jetzt werden wir alle sterben. Weil du du stupide Blacksmith. Ja, bei den Roten wärst du auch gestorben. Du hast auch die Schnauze. Nicht bei den Grünen? Kann ich mit den Dünger jetzt weiterfragen? Die gibt's nicht mehr. Zum Glück. Jetzt werden wir aber nicht politisch. Let's go, boys. Ciao, Jungs. Bis hier ist bestimmt irgendwann mal wieder. Oh mein Gott, muss ich euch das dienen? Ihr wisst das ja... Ihr wisst das ja... Ihr wisst das ja alle sterben. Was ich das tun, ne? Nee. Oder weil ich draufstehe, warte mal. Nee. Fahr einfach weiter. Muss ich nicht einfach weiterfahren? Ich glaub schon. Okay. Ja, ich seh jetzt auch nix an. Gut. Ihr schafft es schon, boys. Ihr schafft es schon. Oh wait. Der kann hier Looping läuft. Erstmal wieder ausstecken. Dankeschön. Ja. Ja. Da bleibt jetzt immer stehen, ne? Ja, weil ich hier hin muss. Beim anderen Tunnel nicht. Weil ich hier hin muss. Nein. What? Oh nein, ein Apfel hat den Corona-Virus. Oh nein, was passiert hier? Hannity. Hannity. Ne? Ah ja. Gein, nja? Kennst du sie? checkpoint war jetzt sogar wird sie nicht umbringen ich will wissen ob ich sie retten konnten ist das ding weil du weißt wer das ist weil du hast der letzten sind der folge nachgegolt wenn du nicht einmal stehen geblieben wäre es ist vielleicht geschafft tja weil apfel möchte auf jeden fall den clip davon sehen wenn du sie es dort machen der man kann wirklich retten ja perfekt wärst du nicht stehen geblieben hättest du das schon früher gewusst jetzt lad den jackpot wieder und spielst du wie sie es davor gespielt hast schnauze ich will gut nur ein guter clip näher aber die beiden wo wir die gott sind also ich will sich die bösen das bisschen aufer nein nein er will nur buber ja ich weiß schon der apfel der müsste zurück ins horny schnauze ich muss ganz schnell zurück sprinten weil ich jetzt die abkürzung morgens wieder aus sony hier sicher das sieht man schon wieder wer aufpassen wirklich näher hat er den den checkpoint geladen also war er da in dem sinne noch nicht einkaufen doch weil der checkpoint danach gekommen ist oder warum hat er dann die sachen nicht die er davor gekauft hat weiß ich nicht weil ich nicht aufpasse ich bin nur hier um scheiße zu ich bin nur hier um einen scheiß bericht zu schreiben so und wieder vor ich helfe dir jordan sagt mir um was muss es gehen ich bin ja eher hier nur am bilder machen das bilder ein für die größe ich kann gerne übertrauen man da musst du nicht den langweiligen kram dazu ich schaue lieber dazu als bei deinen schwanz bildern das sind keine schwanz bilder kann ich hier nichts mehr gut dann weiter geht's ich schaue in übertragung nicht ich bin ja hier um konnte zu produzieren du hast doch zwei bildschirme ja ich kann nur eine übertragung schauen das schlecht findest du diese bildformatierung gut was nicht im stream doch weich die sind so nebeneinander unter der überschrift was ist denn auf den bildern zu sehen keine bilder so gefällt mir das ein weißes platz das kannst du so abgeben als ob du den als ob du den joke nicht verstanden hast das spongebob joke spongebob dieses baby buch findest du doch sicher langweilig keine bilder so mag ich das ich habe jetzt unseren silencer auf der pistol übrigens mit einem langen barrel ausgetauscht ok heißt wir haben jetzt buchstäblich ne sniper pistol das ist sehr gut findest du so halb also nein lügen darf man nicht sagen aber du hast die olle gerettet und was ist dann passiert ist sie einfach weggelaufen oder wie dass sie dann gestorben das ist einer von denen das ist einer von denen die Kinder und die Frauen kill ihn kill ihn ich werde die raufbahn fahren, damit du durchdrehen kannst danke bro danke die 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 auch die die wer Ich weiß, ich spür seinen Atem. Du bist tot. Überfahr ihn. Nein, Apfel ist doch kein Unmensch. Zumindest nicht immer. Zumindest nicht im Game. Doch, vor allem da. Und noch schnell durch Spritze reinballern. Schön, dass sie es nicht hören. Wo redet der? Das ist eigentlich schon spät, Jungs, oder? Ach, ne Leute, was machst du? Was willst du denn noch machen? Keine Ahnung. Ich wollte nur fragen, ob es spät ist. 19,30. Das geht doch noch. Das geht doch noch. Da geht doch noch was. Heute noch Euro-Shot-Leist-Stream-Apfel. Ja. Äh, Euro-Shot-Leist-Stream-Apfel. Ja, aber ob ich leistet. Dann halt Grotti. Nein. Nein. Computer sagt nein. Wir können aber mehrere gute Shorts entstehen. Hm, jetzt überlegt Grotti nochmal. Hm. Klingt sehr interessant. Rede weit, Sir. Oh, Mann. Let's get the beat for that! Oh, Mann. Ganze ist auch Naturs streamlined. Sehr gut. 10 Tage. Und, dass wir in und, für die Zerwein ein paar beiden öchnen. Ja. Neh. Neh. Okay, jetzt geht es mir auf den Sack. Ich weiß, weil ich dich angeschossen habe. Ach, ja, man hätte das alles zu leise machen können. Man hätte. Ja, wenn man lange lege ist. Hätte, hätte der Fahrerkette. Ich wünsche unseren Lebenslauf kann man richtig schön schreiben. Nazis, Kommis, Banditen. Was? Das wäre doch besser. Dein Lebenslauf, Apfel. Wie, das waren schon alle. Ich will noch mehr töten. Ich will noch ein blutes Ausschnitt. Naja. Schön, die Munition zu haben, um nutzlos in der Gegend rumzubottern. Auf dem Road Pionier Jerry Lee Levis gestorben. Okay. Was? Ich habe keine Newsbekanung. Jerry Lee Levis. Mhm. Don't know who the fuck that is. Joe ist auch gestorben. Wer komme ich überhaupt durch? Nein. Mit Gewalt. Aber Jordan hat gesagt, nein, also geht es auch nicht. Natürlich geht es dann auch nicht. Wie soll er hinten hier dann durch? Gar nicht. Gott fucking damn it, Alter. Ich habe hier schon wieder irgendwas übersehen. Ich meine, ich bin ich natürlich übersehen oder alles, aber... Hättest du aufgepasst, dann bist du so's. Ja. Das weißt du doch. Ja. Aber er hat ja nicht aufgepasst, dass wir... Er hat nicht aufgepasst, dass wir ihm gesagt haben, dass er aufpassen soll. Immer dasselbe mit dem... Immer wieder diese komischen Früchte. Du freches Früchtchen. Du freches Würstchen. Ich bin sofort wieder zurück, Jungs. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ich bin sofort wieder zurück, Jungs. Ich bin sofort wieder zurück. Ich bin sofort zurück, Jungs. Ich bin sofort an dem Tonnen Schiff. Okay, die sind alle tot. Das ist doch super. Ja, why not? Ja. Oh man, warum hab ich so weit hinten geparkt? 3.1. Ich kann die wieder looten. Geil, Geld auf dem Scheißhaus gefunden. Was? Ja. Erlaubt Geld auf dem Scheißhaus. So, dann will ich aber sagen, war's das mit der Folge. In der nächsten Folge gehen wir ins Banditenlager. Lasst ein Like und Abonnenten, was euch gefallen hat. Schaut euch schon vorbei. Schaut auch beim nächsten Mal vorbei. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.